Die Das Ding Sprechstunde im Radio bei Das Ding und natürlich auch bei YouTube in unserem Visual Radio und Dardan ist bei uns zu Gast. Ich grüße dich mein Lieber. Was läuft, was läuft, Mr. Bird? Ja, das Witzige ist ja, da treffen sich zwei irgendwo in Baden-Baden mitten im Wald, die eigentlich Nachbarn sind irgendwie, ne? Ja. Das ist das Lustige. Du ursprünglich aus Zoffenhausen, ich aus Feuerbach in Stuttgart. Siehst du dich noch so richtig als Stuttgarter Kind irgendwie oder mittlerweile dadurch, dass du so viel unterwegs bist und eigentlich fast nur noch auf Bühnen oder in Studios oder was weiß ich, was rumhängst, jetzt doch etwas mehr von der Heimat gelöst? Also ich sehe mich auf jeden Fall als Stuttgarter. Ich bin hier geboren, aufgewachsen und lebe hier, weißt du, so egal wo ich bin. Also ich komme ursprünglich aus dem Kosovo. Auf jeden Fall, da sind meine Wurzeln, aber ich bin hier aufgewachsen und ich kann mich jetzt nicht, kann jetzt mich nicht zu einer anderen Stadt so, wie heißt das, anpassen. Das heißt, das würde jetzt auch nicht für dich interessant sein, mal wie man es so gerne macht in der Szene, dass man dann nach Berlin geht oder sonst irgendwas. Ja, genau, das mag ich nicht. Genau, weil jeder das macht so. Sehr gute Einstellung gefällt mir auf jeden Fall. Aber Berlin ist auch cool auf jeden Fall. Ja, definitiv. Aber das ist, glaube ich, auch immer in so Städten, wenn du dann mal wohnst, ist auch schon wieder nicht so cool, wie wenn man einfach ab und zu mal dort ist, weißt du? Ich glaube, so Städte haben immer irgendwie was Besseres, wenn du dann auch wieder weg kannst, wenn es dir nervt. Ganz genau, ganz genau. So Berlin ist eine Stadt, da geht man zwei Tage hin und dann ist es auch gut. Ja, definitiv. Weil drei, vier sind zu viel dort. Das ist gut, obwohl es ja mittlerweile da auch viele Schwaben gibt, also von dem her haben wir ja ein paar gleichgesinnt. Ja, die werden richtig gehasst, die machen vor allem seinen Arm kaputt. Das ist definitiv, weil es auch so eine andere Art von Schwaben sind. Das sind halt so die Rich Kids, die halt hingehen und sich irgendwie den Leuten da die Wohnung wegkaufen. Wir können nichts dafür. Naja, wie auch immer. Man hört uns ja auch jetzt nicht nur im Schwaben, sondern auch in ganz Deutschland, also von dem her ist ja alles gut. Bei dir krasser Karriereverlauf. Du warst, glaube ich, mal irgendwie, hast du in einer Bäckerei oder einem Bäckerstand oder irgendwas gearbeitet? Wo war das denn? In Stuttgart? Das war eigentlich so ein normaler Laden, so ein Stand einfach am Hauptbahnhof. Ach, so ein Kroback oder irgend sowas irgendwie in die Richtung, ne? Ja, sowas. Nach der Schule habe ich halt nichts mehr gemacht. Ich habe halt nur Scheiße gebaut und so und ich habe halt ein bisschen anders mein Geld verdient und meine Eltern wollten, dass ich arbeite unbedingt und dann habe ich das halt gemacht. Weißt du? Aber nur aus Prinzip, wegen meinen Eltern, weil ich war nie so der Arbeitertyp. Weißt du? Ich war eher, ich bin eher in die kreative Richtung gegangen. Da waren meine Stärken. Ich konnte mir nicht anhören von einem Typen, der nicht mal Deutsch kann, so mach das und das, weißt du? Ja. Ja, und irgendwann habe ich halt angefangen, richtig Videos zu machen. Das war noch vor meinem ersten richtigen Hit und dann bin ich da am Arbeiten und dann kommen irgendwelche Leute zu mir. Ey, du bist doch da dann und so. Ich sage, nein, ich bin sein älterer Bruder und so weiter. Ich habe mich geschämt, weißt du? Und dann, ja, dann habe ich einfach gekündigt und einfach gesagt, scheiß drauf. Das ist eh nichts für mich, so, weißt du? Ich habe keinen Bock für tausend Euro irgendwie hier mich zum Affen zu machen, Alter. So, weil davor hatte ich auch mehr Geld, so durch andere Sachen und so, aber ja, dann habe ich halt alles auf eine Karte gesetzt, ne? Musik. Richtiger Weg, hast alles richtig gemacht. Wir hören uns mal jetzt erst mal Mr. Dardy an. Das ist so eine Nummer, die wir gerne auch gespielt haben und die auch gut ankommt. Und dann sprechen wir gleich weiter. Mr. Dardy ist bei uns in der Lasting-Sprechstunde mit Sandy. Wir sind zurück in der Lasting-Sprechstunde, Dardy immer noch bei uns im Studio. Wir haben gerade schon über deine jobmäßigen Anfänge gesprochen, als du in der Bäckerbude gestanden bist. Ich glaube aber, sowas tut manchmal auch irgendwie ganz gut. Also wenn du mal irgendwie so einen Job gemacht hast und irgendwie so schlecht gelaunten Leuten am Bahnhof, die in Eile sind, Croissants verkaufen musst, ich glaube, dann kann man auch besser Platten verkaufen. Meine ich das jetzt nur so oder ist das so? Ja, ich glaube, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber so. Ja? Okay. Weißt du, das Ding ist, man lernt, Geld mehr zu schätzen. Ja. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, so, weißt du? Viele Leute mögen mich jetzt auslachen, aber ja, weißt du, wie ich meine? Aber ich bin froh, das gemacht zu haben, so, weißt du? Ja. Ja, weil man lernt auf jeden Fall, Geld zu schätzen und man weiß, was es ist, zu arbeiten und wenn man abkackt irgendwann, weißt du, dann, mir macht es nichts aus, so, wieder, weißt du, was ich meine? Ich war, also... Du bist jetzt keiner, der sich umbringt, wenn es mit der Musik nicht mehr läuft und du weißt, wie man... Nee, nee, auf keinen Fall. Dann kam irgendwie, ich glaube, das erste richtig krasse Video ist, ist Wehrmacht Para, das war auf einmal so ein Ding, was, 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 weiß ich, wie viel millionenfach angeschaut wurde, auch bei YouTube, wie viel, weißt du, wie viele Klicks gerade im Moment? 20 Millionen, glaube ich gerade. Das ist unfassbar, oder? Überleg mal, wie viele Millionen Einwohner haben wir? 80 Millionen, also im Endeffekt jeder vierte Deutsche hat ein Video gesehen, so, wenn man es mal so sehen würde. Also, wenn man es so sieht, ja, aber viele klicken es ja öfters an. Ja, ja, klar, ja. Und durch diese ganzen Reaction-Videos hören es ja auch andere aus dem Ausland an. So, Deutschrap ist, finde ich, seit 2017 international geworden. Diese Reaction-Videos, ich habe mir auch ein paar von denen angeschaut, das ist schon krass irgendwie. Also, wie die auch teilweise so ein Lied komplett zerpflücken und ich habe mir eine, eine, das ist witzig, dass du das ansprichst, weil ich habe mir extra, einer hat dann irgendwie, die tiefe Stimme ist gecuttet, wo es mit der Snaredrum kollidieren könnte und so. Also, die machen das so richtig wirtschaftlich irgendwie. Der hat sich voll reingesteigert. Ja, ja, ich glaube, wir haben dasselbe gesehen, ja. Ist das dann wirklich so, dass ihr so an Lieder rangeht? Also, dass du sagst, okay, die Stimme muss da jetzt unbedingt tiefer sein, weil sonst kommt die Snaredrum und das. Ja, natürlich, natürlich. Es gibt auch, es gibt, guck mal, es gibt zwei Arten von Rappern, die ich kenne. Es gibt Rapper, die arbeiten viel, sorry, die arbeiten viel und schreiben ihre Texte, ein Beat, nehmen ein Beat, so, den juckt der Stil nicht, die gucken einfach nur, ob der fett ist, so. Ja. Und dann, wer ist das, dann nehmen die drauf auf und den Rest macht der Produzent so. Ja. Mixing und alles und die ganzen Ideen und manchmal schnipseln die eine Hook einfach aus dem Part und dann werden es Hits, so, weißt du. Und es gibt die Rapper, die sich echt wirklich befassen, da mache ich das, da mixe ich den Beat so, da mache ich den Filter rein, da mache ich so, weißt du, was ich meine? Also, ich arbeite eher so. Ja. Würde ich einfach auf diese andere Weise arbeiten, könnte ich locker drei Alben mit dem Jahr machen, so. Ja. Ja, ich glaube, das sind so diese verschiedenen Rappertypen einfach, wie du es gesagt hast, so. Also, ich glaube, so ein ODB hätte jetzt sich niemals, wenn er Raps, wenn er gerappt hat, einfach da irgendwie so geguckt, wären so Jizzer, Rizzer, die waren halt so, ja, tschu. Ja, das ist das. Aber definitiv erfolgreich, wie du es gemacht hast, auf jeden Fall, was das angeht, die richtige Einstellung. Wenn da mal irgendwie Kritik kommt in diesen Videos, nimmst du dir die zu Herzen irgendwie? Also, sagst du, oh, da hat er vielleicht recht gehabt, oder? Ja, also, ich weiß ja, was für eine Musik ich mache, so. Und ich habe ja nie Musik gemacht, um Leute zu beeindrucken, so, auch egal, in welchem Stil, das ist so. Auch wenn jemand sagt, oh, du machst zu viel Diss, du machst so viel. Das ist mir auch egal, so, weißt du, ich denke schon an die Fans, aber Musik kommt einfach, wie es kommt, weißt du, so. Auf was ich Bock habe gerade, mache ich so. Und auf was ich Bock habe, release ich so, weißt du. Und viele verstellen sich auch, weißt du, ich mache einfach, ich mache einfach das Ding so. Ja, ähm. Wie war die Frage nochmal, dass wir zurückkommen? Ich habe es ja auch vergessen, wir spielen jetzt Musik. Lass uns doch FaceTime spielen, das ist die aktuelle Single von euch. Ähm. Ist, glaube ich, jetzt mal an der Zeit, die mal zu spielen und danach darüber zu sprechen. Für die Lady. FaceTime haben wir gerade eben gehört von Dardan. Nummer, wo du darüber rappst, dass deine Freundin oder eine Frau ähm, gerne mehr Zeit mit ihrem Typen hätte, äh, oder zumindest mehr wissen möchte, was er macht. Und, ähm, der aber dann eher so Sachen wie Novoline und Fortnite und was weiß ich was macht. Ist das, äh, so ein Stück weit so ein Sorry-Sagen, äh, an die Frauen, so nach der Art, wir Männer sind's so? Oder, oder was, wir, was war die Herangehensweise? Weil es gibt ja viele, die sagen so, äh, ich muss halt leider so viel arbeiten, sorry Schatz, ja, aber bei dir ist ja so. Ja, jeder, jeder, der beruflich viel beschäftigt ist, wird diesen Song verstehen, weil. Aber du machst ja Novoline und Fortnite und nicht, äh, und nicht, ich muss im Studio stehen und Interviews geben. Ja, nee, aber, ähm, Novoline und so, hat ja was mit Nachtleben und so zu tun, weißt du? Okay, ja. Ja, und, äh, Fortnite, hab ich ja gesagt, wir spielen Fortnite, so, wenn wir zusammen sind, dann spielen wir Fortnite, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und, ja, das, wer halt viel unterwegs ist, zum Beispiel auch Rapper, äh, der kann sich da vielleicht, also die Frauen, die mit Rappern was zu tun haben, die können sich da hinversetzen, weil, man ist halt einfach mal zwei Wochen weg oder man meldet sich nicht und dann macht sich jemand Sorgen und so, weißt du? Und dann geht manchmal nicht ran und so, weißt du? Aber das ist ganz normal so. Ich, wie gesagt, ich mach Mucke einfach so, das, was ich denke, so. Also, da ist jetzt nichts von einem anderen so abgeschaut, oh, ich hab mich von das inspirieren lassen und so, weißt du? Was passiert hier? Was ist das? Alles gut. Scheiße hat er. Das war, weißt du, das war jetzt halt genau schon wieder die Freundin, die wissen wollte, was macht er gerade, ne? Ich schlopfe alles. Was gerade davon hatten. Gut, also für die, die es nicht gesehen haben, Dadans Handy hat geklingelt. Kurz drauf geschaut, scheiße und wieder eingesteckt. So ist es halt nun mal. Das war so ein Zufall. Ja, als hätten wir es abgesprochen. Jetzt spielen wir eine Nummer, du darfst dir eine aussuchen, welche Nummer sollen wir jetzt als nächstes spielen? Von mir? Ähm, ich würde Bla 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 spielen von der Hypnotize EP von meinem Album Daddy Luther King. Das spielen wir jetzt Bla 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 von Dadan in der Das Ding Sprechstunde mit Sandy. Ey, 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 Mr. Daddy im Geschäft mach immer Fluss. Meine Augen haben wir Rats und ich liebe Fluss. Hot night trinke Vandilla Blue. Die Das Ding Sprechstunde im Radio und bei YouTube in unserem Channel. Dadan ist bei uns. Vorhin nochmal Bla 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 gehört von der Hypnotize EP, die auch irgendwie Bestandteil der Box ist. Genau, also ich erkläre dir kurz die Art, wie wir released haben, weil manche haben das nicht so verstanden. Weil wir waren, glaube ich, die Ersten, die das gemacht haben. Ja. War ein Vorschlag von Universal, also von Nefi. Nefi Timor. Genau, und wir wollten nicht normal releasen, weil meine Fans und auch unsere Zuhörer sind ein bisschen, ich denke mal, die meisten sind ein bisschen jüngerer, so. Das ist nicht mehr so physisch alles wie früher. Ja. Und da dachten wir uns, um auch mehr Output zu haben, mehr Reichweite zu gewinnen. Weißt du, uns ging es jetzt gar nicht, um irgendwas Geld zu machen oder so, weißt du, um einfach den Künstler aufzubauen, den Künstler da dann aufzubauen, so. Und da haben wir das Album released, also ich habe erst, ich habe einfach erst mal so 30 Tracks gemacht und da haben wir angefangen, also die Box haben wir gemacht, es gab keine CD im Laden, sondern einfach nur eine Box im Media Markt, schon richtig speziell. Und da haben wir die, mein Album habe ich erst da die Luther King genannt. Und dann meinte er, der Nephi, dass wir das in drei Teile machen sollen, auch für Spotify, für die ganzen Streams. Da haben wir halt Daddy Luther King Part 1, Part 2 gemacht und wir wollten ein paar Daddy Luther King Part 3 machen, aber das haben, ist ja auch eigentlich Part 3, aber haben wir dann anders genannt, haben wir Hypnotize EP genannt, um unser Labelnamen Hypnotize ein bisschen breiter zu machen. Hypnotize Entertainment ist so. Ganz genau. Genau, und auf der EP sind aber so, habe ich das Gefühl, die ganzen Hits drauf. Also FaceTime ist da, auf der Hypnotize EP drauf, dann bla bla bla, ist ja eine Nummer, die gerade unfassbar abgeht, was Streamingzahlen angeht und so. Weiß ich gar nicht. Ja, ja, ich weiß es. Aber freut mich wirklich, dass die Leute das feiern. Ja, also das hat jetzt aber auch irgendwie, ist Zufall, dass es jetzt ausgerechnet auf diesem dritten Teil, die ganzen Sachen drauf sind, die man, ja. Ja, war eigentlich Zufall so. Ja, Hypnotize Entertainment, wie gesagt, das ist euer eigenes Label. Ganz genau. Und das ist ein Sublabel von Universal Records. Universal Urban. Universal Urban, okay, gut. Das heißt, da hast du jetzt, wie gesagt, du hast jetzt den Nephi schon angesprochen. Genau. Ich habe Nephi schon ganz, ganz oft hier auch gesehen, echt mit den ganz Großen ist er damals immer rumgereist, also damals als Bushido noch irgendwie da am Start war. und mit Sido und was weiß ich was alles. Kann man von so einem schon viel lernen irgendwie? Oder ist es auch so, dass du manchmal denkst, ey, eigentlich möchte ich lieber mein eigenes Ding machen und da wird mir schon manchmal reingehört. Nee, natürlich, also, also wir rappen, also ich rappe jetzt seit zwei Jahren aktiv so. Also er hat auf jeden Fall mehr Ahnung so davon, weißt du. Ja. Wir besprechen uns halt immer so mit meinem Management. Er sagt halt immer auch so, er spricht halt aus Erfahrung, weißt du, ich meine so. Also ich kann jetzt nicht sagen so, ey, was redet der und so, weißt du. Ja. Aber man wird sich schon immer einig so mit ihm. Er ist auf jeden Fall ein guter Partner. Wir hören jetzt noch eine weitere Nummer, Dardy Next Door vielleicht? Wir machen mal Dardy Luther King. Machen wir das? Ja. Warum die Nummer lieber? Weil wegen diesem Song habe ich den Album so genannt. Okay, machen wir. Dardan ist bei uns in der Lasting Sprechstunde. Gleich geht's weiter. Bitte weck mich noch nicht auf, Mann. Ich bin im Traum, Mann. Ich mach keinen Umstand. Ich will nur hier raus, Mann. Raus aus dem Babylon. Dardan heißt der Mann, dessen neue Platte, neues Album, neue Box, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, auf jeden Fall jetzt alles rausgekommen ist. Soweit zufrieden, wie es angenommen wurde? Oder sagst du, da hätte irgendwo vielleicht noch mehr gehen können oder vielleicht hätten wir dies oder jenes noch besser machen können? Also, wir sind ja auch, wie gesagt, auch am Anfang, man macht immer so ein paar Fehler. Aber die macht man dann im nächsten Album besser. Aber natürlich sind wir zufrieden. Ich bin auf Platz 13 gechartet, der deutschen Chart. Das ist mega. Also überlegen wir mal. Und die Hypnotize EP ist einzeln nochmal auf 60 gechartet, wegen FaceTime und so. FaceTime ist jetzt auch nochmal gechartet. Irgendwie wird jetzt nochmal mehr. Top 10 irgendwie. Irgendwie sowas, ja. Wir sind auf jeden Fall zufrieden, weil ich bin ja erst 20 Jahre alt so. Also, wir haben jetzt erstmal angefangen und ich weiß nicht so. Wer jetzt nicht zufrieden wäre, der wäre eigentlich so ein Idiot. Das wollte ich jetzt aber nochmal fragen. 20 Jahre, bist du alt und dann sieht deine Box aus wie eine VHS-Kassette. Hast du in deinem Leben jemals einmal eine Kassette noch in den Kassettenrekorder geschoben? Auf jeden Fall. Echt? Auf jeden Fall, natürlich. Ich wollte nur sicher gehen. Natürlich. Aber es war so gerade die Zeit, wo dann auf einmal so die DVDs kamen. Weißt du, wo wir das oft benutzt haben? Damals so, wenn jemand geheiratet hat. Da haben die alles so aufgenommen und dann zu Hause hat man die immer so mit diesen Kassetten angehoben. Also Brenner und sowas, das gab es dann halt noch nicht. Da hat man dann alles auf Kassette gepackt. Also diese Zeit habe ich schon miterlebt, auf jeden Fall. Ja. Kann mich nicht gut erinnern, auf jeden Fall. Witzig. Das ist echt, das hat mich sehr gefreut, als ich es gesehen habe. Weil ich bin nochmal ein paar Jahre älter als du und bei mir war es immer so, ich habe immer so die Simpsons damals auf Kassette aufgenommen. Ja, seit wann gibt es sie? Die Simpsons, boah, die gibt es schon seit Ende 80er Jahre, glaube ich. Also so alt bin ich noch nicht, aber auf jeden Fall, die gibt es schon. Das weiß ich, weil ich einen der Macher mal interviewen durfte. Nicht Matt Greening, sondern David Silverman. Ah, okay. Der steht immer in den Credits, glaube ich. Ja, genau. Der macht auch immer diese Treehouse-Horror-Geschichten. Ja, ja, ja. Das sind immer seine irgendwie. Voll der Kranke. Ja. Der hat mir dann einmal einen Homer Simpson gemalt, den habe ich bei mir riesig aufgehangen. Echt krass. Krasser Typ auf jeden Fall. Killer, Alter. Killer auf jeden Fall. Ja, dann spielen wir doch noch eine Nummer, würde ich sagen, weil ich meine, das ist eine Hip-Hop-Sendung hier, die Leute wollen Musik hören. Gibt es irgendeinen Track, wo du sagst, den verbinde ich mit einer besonderen Story oder der liegt mir irgendwie noch am Herzen? Ja, auf der Hypnotice-P. Der Song Krone ist mit dem Künstlerpatron, das ist auch ein Künstler von uns, der wird demnächst releasen. Das ist einer meiner besten Freunde. Mit dem habe ich Musik damals angefangen und leider ist er damals in den Knast gekommen. So, und jetzt ist er rausgekommen und er ist ein krasser Rapper. Ich habe viel von ihm gelernt, er hat viel von mir gelernt. Wir kennen uns seit über, was weiß ich, zehn Jahre und ja, man, er wird auf jeden Fall einiges aufräumen. Patron heißt er. Ganz genau. Auch ein Stückkörtern? Ja, Bruder. Dann spielen wir jetzt Krone von Dadan in der Lasting-Sprechstunde. Dadan, immer noch bei uns am Start. Stuttgarter Junge, auf jeden Fall, der jetzt gerade dick auftrumpft und ich denke, man wird von dir noch einiges hören in Zukunft. Was ich bei dir auf jeden Fall sehr cool finde, du spielst sehr, sehr gerne live und auch sehr gut live. Das ist nicht unbedingt ganz klar bei der Art von Musik, wie wir sie jetzt gerade im Deutschrap haben. Da gibt es viele, die echt abkacken auf der Bühne irgendwie. Ja, also abkacken. Guck mal, es gibt Leute, die lassen Playback laufen und machen Rap nicht mal mit, aber so 10.000 Leute springen in die Luft. Das kommt halt immer auf die Tracks an. Aber live macht mir auf jeden Fall sehr Spaß. Wir sind jetzt auch auf Tour im Oktober, die DLK-Tour. Wir sind in zehn Städte, in Stuttgart, Berlin, Hannover. Klar, wir in Stuttgart auch. Meinst du, die reicht noch, die Location, oder müsst ihr das schon? Nee, nee, wir sind schon Wietzimmern Halle. Seid ihr jetzt schon, okay. Schon hochverlegt. Oder 1.300, 400 Leute kommen da. Ist Stuttgart eh immer Abriss, so. Ja, live ist halt so mein Ding, da kann ich mich entfalten. Viel Energie, so, weißt du, obwohl die Texte auch manchmal sehr schnell sind, weißt du? Ja. Aber ich glaube, das ist den Leuten wurscht. Ich glaube, auch wenn die eine Nummer noch gar nicht kennen von dir, die gehen trotzdem ab. Das ist mir mal aufgefallen irgendwie. Darauf lege ich auch viel Wert, so. Weil wenn ich ein Lied schreibe, also wenn ich ein Lied schreibe, denke ich immer so, die ersten zwei Sätze müssen so sein, so, stell dir vor, wie kommst du auf die Bühne und performst diese ersten Sätze. Ja, geil. Und dass die Leute richtig komplett ausrasten, so. Ja. Live ist auf jeden Fall geil. Kommt zu DLK-Tour, alle vorbei. Holt euch die Tickets auf event.md oder chimperator-tickets.de-dardan. Ganz leicht zu merken. Ja. Dann freuen wir uns auf jeden Fall auf die Tour. Ich weiß, dass du jetzt auch langsam schon wieder raus musst, weil nämlich draußen dein Hund wartet auf dich. Ganz genau. Ace Hypnotize wartet auf mich. Ace. Vier Monate alt. Was ist das für eine Rasse? Das ist ein Pitbull Red Nose Chocolate XL. Ja, auch wieder so ein langes Ding. Also auf jeden Fall, ein Pitbull ist irgendwie mit drin. Sehr cool. Aber du musst dann keinen Maulkorb tragen, oder? Oder doch irgendwann? Nee, noch nicht. Noch nicht. Sie ist ganz lieb. Ja. Aber süß auf jeden Fall. Also man sieht so richtig Baby im Gesicht, aber schon groß irgendwie, ne? Ja, sie ist halt XL, ne? Pitbulls gibt es normale und XL und X und so. Ist das dein erster Hund, oder? Ja, mein erster Hund. Ja. Also ich habe keinen gefragt. Ich habe einfach den Hund geholt, so. Ach cool. Ja, ist doch geil. Aber geil. Ich habe dich jetzt irgendwie auf Interviewreise und was weiß ich was. Ja, ja. Ja, das ist das Schlimme bei uns, ne? Wir haben leider einen harten Pförtner. Der hat gesagt, Hunde gehen wir gar nicht. Ja? Ja, deshalb. Ich komme nie wieder. Ja. Spaß. Deswegen haben wir das eine Interview jetzt von dir bekommen. Nächstes Mal, wenn ich komme, der Hund ist größer. Mal gucken, ob ihr den reinlässt oder nicht. Dann mal schauen, ob der Pförtner noch einmal sich traut zu sagen, ne, ne, geht nicht. Naja, gut. Also, dann auf jeden Fall viele Grüße an Ace und ein paar Leckerlis von uns bitte noch mitgeben. Auf jeden Fall. Und weiterhin viel Erfolg. Ganz lieben Dank, Dardan. Vielen Dank.